Hallo, 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 hallo. Hallo, 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 hallo. Ihr Lieben, 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 Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich dachte mir, nachdem ich in letzter Zeit mein Equipment mal ein wenig aufgestockt habe, dass ich heute ein Micro-Tapping und ein Camera-Tapping mache. Ich habe mir ja vor eineinhalb Monaten oder so ein neues Mikrofon gekauft und auch noch ein neues Handy. Ja, das waren einige große Investitionen, aber ich bin mega happy darüber. Und deswegen dachte ich, machen wir heute mal ein Tapping mit diesen beiden Gegenständen. Grundsätzlich ist doch bestimmt jeder ein Fan von Phone-Tapping und Mikrofon-Tapping. Ich persönlich zu meinem Test und deswegen machen wir das heute einfach. Ich fange einfach mal mit meinem Fluffy Aufsatz an. Den werde ich nachher nochmal runternehmen. Ich werde übrigens nicht nur Tapping machen, sondern auch Scratching. Wir werden einfach verschiedene Sounds mit meinem Handy und mein Mikrofon machen. Heute sind übrigens meine Nachbarn nicht da und ich feiere es so hart. Und meine Stimmung ist auch einfach komplett anders, wenn ich nicht die ganze Zeit gestört werde. Man kriegt dann so unterbewusst eine richtig aggressive Stimmung, finde ich, wenn man die ganze Zeit voll geschrien wird. Überhängig ist ja. Ist mehr oder weniger als ein wenig trocken, weshalb ich hier noch hier habe. Der mittlerweile leider nicht mehr so warm ist. Und ich habe hier noch ein bisschen vielleicht. Genau. Okay. Dann nehme ich mal den Popschutz ab. Und jetzt hoffe ich jetzt mal. Dann machen wir das. Aber mit dem Gange. Und dann bin ich auch dafür. Also ich bin mir. Also ich bin. Und jetzt bin ich hier. Ich lege. Und dann bin ich hier. Und das bin ich überleger. Ich viel. Und über sie bitte ihn. Und das ist ja, wie ich bin ich. Wie geht es euch denn so? Ist es zur Zeit in Ordnung? Oder geht es gut? Oder macht ihr gerade eine schwierige Phase durch? Und jetzt halt kommen hier wieder Verschärfungen, kommen hier noch Maßnahmen Was mich tatsächlich echt ein wenig traurig macht, weil ich liebe Weihnachtsmärkte und bei uns in Bayern oder München wurden die halt jetzt abgesagt Und das ist für mich so das Schönste an Weihnachten oder gehört zu den schönsten Dingen in der Vorweihnachtszeit Auf den Weihnachtsmarkt zu gehen Glühwein zu trinken, sich mit Freunden dort zu treffen Das hat mir letztes Jahr schon so gefehlt uls количество ruhig 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 Vielen Dank. Und falls ihr eigentlich mal Wünsche haben solltet bezüglich irgendwelchen Videos, dann könnt ihr mir das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ja vorher noch ein Menos Mixer noch zu zeigen, aber ich habe mir so ein paar Sorgen, weil einfach so vieles in dieses Video wahrscheinlich unendlich lang wird. Und da weiß ich noch nicht genau, wie ich das dann machen will, wie ich das richtig umsetze. Ja, dann habe ich vor, gleich ein Video zu drehen bezüglich Neonail, weil meine Nails einfach von so rausgebracht sind. Und ja, ich, was ich mal wieder machen will. Und dann kommen natürlich die ganzen Weihnachtsvideos. Also vielleicht habt ihr dort Ideen, was ihr gerne sehen möchtet. Ich würde ja auch gerne ein Geschenke-Ideen-Video machen. Vielleicht interessiert euch das ja. Okay, hold on. Okay, hold on. Apropos jetzt, wo ich gerade so meine Zähne sehe, ich habe letztens einen Beitrag gesehen über diese Haifischzähne und Veneers und Kronen und Schienen, die man sich ja aktuell macht. Also, ich war so geschockt, als ich das gesehen habe, da gibt es Leute, die ihre gesunden Zähne abschleißen, also, dass sie danach so kleine Stummelzähne haben, um sich dann so plakative, üble Zahnaufsätze draufzukleben. Like what? Und das kostet dann auch noch Unmengen, Unmengen an Geld, mehrere tausend Euro. Und diese Verblendungen im Prinzip, die man sich draufklebt, halten natürlich nicht für immer, sondern müssen alle zehn Jahre oder so wieder erneuert werden. Wie kann man so sein und seine gesunden Zähne kaputt machen? Ich verstehe es nicht. Und je mehr vom gesunden Zahne weg geschliffen wird, desto weniger lang halten sie halt. Also, das ist echt verrückt, was die Leute heutzutage so machen. Meiner Meinung nach ist das Wichtigste, sich jeden Tag mindestens zweimal die Zähne zu putzen, die Zahnseide zu verwenden und... Ja, das war's. Übrigens, ein Tipp gegen Mundgeruch, falls Leute öfter Mundgeruch haben. Ich würde viel, 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 viel Wasser trinken. Das ist das allerbeste Mittel dagegen. Und wieso ich jetzt halt auf das Thema kommen bin, weil ich meine Zähne jetzt so scharf sehe hier, mit meiner neuen Kamera. Genau. Und dazu kommt, dass diese Verblendungen, diese Veneers, meiner Meinung nach, echt übel ausschauen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, ob ihr euch gedacht habt, Alter Schwede, was ist das für ein Gebiss? Wenn die Zähne so weiß hoch, so wie so eine Mauer, wie so ein Gartenzaun, einfach so hervorstechen, dann ist das sowas. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen getriggert auf eine üble Art und Weise. Das hat mich echt beschäftigt, dieses Thema. Okay, ihr Lieben, ich denke, das war erstmal ein gutes, knöckiges Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch diese neue Kamera Qualität gefällt hat, gebt bitte ein Daumen nach oben. Oder wenn euch das Video gefallen hat. Oder wenn ihr mich einfach unterstützen wollt. Und ansonsten sehen wir uns einfach ganz bald wieder bei einem neuen Video. Macht's gut. Bye. Bis zum nächsten Mal.